Hallo miteinander und willkommen zu einem weiteren Tutorial zu Shadow Empire mit Torrin Gant. Wir werden hier einerseits mit dem Spiel an sich arbeiten, andererseits ein bisschen mit der Anleitung, um euch das ganz deutlich zu zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. Logistik ist ja das Herzstück, eines der Herzstücke des Spiels und es ist extrem wichtig, dass man die ordentlich hinbekommt. Jetzt gibt es da so ein paar Geschichten, die von Anfang an so ein bisschen verwirrend sind, tatsächlich. Es gibt ja tatsächlich hier die Logistikreichweite, das sind die Action Points, hier in dem Fall Rail. Und das sind hier die eigentlichen logistischen Punkte. Und gehen wir mal zu einer Truck Station. Hier, genau, das sind die eigentlichen Truck Punkte und hier haben wir die Reichweite. Also zwei Konzepte, die hier ineinander greifen. Die Transportpunkte, also die Rail Points oder die Truck Points an sich, die großen Zahlen, das ist immer die Menge, die transportiert werden kann. Das heißt, ich könnte von mir aus, wenn wir es ganz einfach machen wollen, es hängt eben an welcher Art von Straßen ihr baut, ob es Rail ist, ob es eine Normalstraße oder eine Dirt Road ist. Ich könnte hier quasi in 10 Feldern Reichweite mit dieser Truck Station hier 9000 verteilen. Das heißt, wenn ich hier unterwegs nichts anderes hätte, ich habe hier ja Assets teilweise. Und Ressourcen müssen auch transportiert werden hin und, also es gehen Sachen raus aus dem Supplement HQ, zu den Einheiten zum Beispiel oder zu den Zonen. Und es kommen hier Sachen rein aus den Zonen oder auch Sachen, die, also veraltete Einheiten, die replaced wurden, die kommen hier auch langsam zurück über das Logistiknetzwerk. Ja, also zunächst mal, darüber muss man sich erstmal im Klaren sein, also das Logistiknetzwerk wird nicht nur benutzt für die Supplies, für die Truppen, sondern auch für alles andere. Das heißt, die ganzen Ressourcen, die hier hin und her hergestellt werden, was am Anfang noch gar kein Problem ist, wenn man quasi nur eine Stadt hat und ein Supreme HQ, was hier drin steht. Dann wird dann logischerweise alles das so beliefert. Später natürlich mehr Städte, ja. Ja, und von dort aus kommen dann auch noch Ressourcen zurück. Dann wird die Ressourcen hin und zurück gehen und wir werden jetzt, leider ist es halt, es ist halt trotzdem ein sehr komplexes Thema. Wir werden so ein bisschen hin und her springen müssen, zum Beispiel, wenn ihr hier auf das Management geht. Das brauche ich eine Weile, genau, weil ich die Preview schon aktiviert habe. So, dann könnt ihr euch auf der rechten Seite hier, wenn ihr bei den Assets seid, könnt ihr euch hier dieses Ding hier aufmachen zum Beispiel. Da könnt ihr euch alle Zonen durchgehen und ihr seht zum Beispiel, ja, wie der Start-Turn ist halt der Anfang des Zuges und Preview ist das, wie es im nächsten Zug aussehen wird. Und, ähm, da gibt ihr so ein bisschen eine Idee, ja, davon, wie viel hier eigentlich in der Gegend ständig rumgeschickt wird, ja. Die Zonen behalten an sich immer auch Sachen da, das heißt, wenn ihr irgendwo Essen herstellt, ähm, dann wird das Essen da behalten für die Zone, das gegessen, gegessen wird, was uns das Wort ist, genauso das Wasser, was verbraucht wird. Aber alles, was darüber hinausgeht, ähm, also die Zonen behalten auch eine kleine Reserve da, aber alles, was dann da drüber hinausgeht, das wird zurückgeschickt ins Supreme HQ. Deswegen ist ganz grundsätzlich, ähm, das so gedacht, also ich gehe davon aus, dass ihr nur ein Supreme HQ habt und das in eurer Hauptstadt steht und euer Territorium dürfte sich je nach Spiel ja quasi, ähm, wenn man so Kreise quasi nimmt, von hier aus so, so, so ausbreiten und so weiter. Und, ähm, umso weiter ihr nach außen geht, baut ihr ja mehr Truckstations, ja, wenn es ideal ist, dann könnt ihr das vielleicht so timen oder so machen, dass die Städte, die ihr gründet, so gebaut sind, dass da immer die Transportstations drin sind. Dann, wenn man das alles von alleine so plant, dann läuft das in der Regel ein bisschen, äh, besser, ja, als wenn man sich, ähm, quasi mit den Netzen der, äh, der KI arbeiten muss, ähm, oder halt Städte erobert, die halt mitten im Nirgendwo stehen. Aber grundsätzlich ist es so, ihr dürft, was ihr auf keinen Fall vergessen dürft, wegen, genau wegen der Situation, wegen der Ressourcen, ähm, ihr erobert ja, oder einer der Hauptgründe, wieso man überhaupt Kriege führt, ist ja zum einen mehr Bevölkerung, äh, zum anderen mehr Ressourcen. Wenn ihr es dann aber nie schafft, diese Ressourcen ordentlich zurückzutransportieren, ähm, zu eurem Supreme HQ, sodass es halt eben dann hier auftaucht, in dieser Liste hier, deswegen wundert euch dann nicht, also falls ihr noch niemals ein zweites LCHQ gehabt habt, ähm, es könnte auch, ihr könntet auch zwei haben. Dann könntet ihr jetzt zwei, ich jetzt auswähleite, diese zwei, ähm, Inventare hier quasi. So, das, äh, das ist mal die eine Sache. Deswegen ist es extrem wichtig, wenn ihr nach außen geht, auch immer wieder, oder das dürft ihr wirklich nicht vergessen, ähm, die Stationen im Zentrum auch abzugraden, weil, umso weiter ihr rausgeht, umso größer wird die Last in der Mitte, wenn alles nach dorthin quasi ins Zett transportiert werden muss. Ähm, ich denke, das ist relativ klar, ähm, das Konzept, also, ne, wenn ihr hier, hier die tausend Trucks haben und hier überall nur tausend Trucks, tausend, 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 tausend Trucks, äh, könnt diese tausend Trucks hier in der Mitte nicht all das stemmen, was von allen Seiten hier reinkommt. Dann habt ihr eben ein, ja, schlappes Logistiknetz, dann kriegen die Truppen nichts mehr zu futtern, äh, keine Munition mehr und, äh, kein Treibstoff, ja. Und dann ist es halt ganz schnell vorbei mit dem Oberungszug, und dann verliert man halt mal so einen Krieg, äh, weil die Logistik schlapp macht. So, das ist, äh, das ist so die, die, äh, Short Version, ne, ich hab keinen Bock, das mir alles anzuschauen, ich weiß, wie es funktioniert. Das ist eigentlich so, ja, das ist so das Wesentliche. Ähm, theoretisch könnt ihr das also auch in der Anleitung nachlesen oder vieles davon, ähm, aber einige Sachen lassen sich so ein bisschen besser veranschaulichen. Äh, so ein paar Geschichten, genau, die wollte ich euch gleich mal zeigen. So, das ist jetzt die Anleitung, ähm, es ist eigentlich, es ist alles ganz schön beschrieben, aber die Beispiele sind natürlich, wegen der Veranschaulichung, das liebe ich ja immer auch so an, ähm, an Lehrbüchern und so. In den Beispielen sieht alles immer so einfach aus, aber wenn du eine richtige Aufgabe bekommst, dann, äh, wo zehn Sachen noch dazukommen, die alles schwieriger machen, dann ja, dann sitzt du jetzt mal da, ne. Das Grundkonzept ist an sich, ähm, ähm, ja, das zum Beispiel ein, äh, wo ist denn dieses, sehr, sehr, das hier, ja. Also hier sieht man zum Beispiel, er hat hier, an diesem Punkt eine Truckstation de Privates, ja, und, äh, die projiziert auf normalerweise fünf, ähm, 50 Aktionspunkte, 50 Aktionspunkte. Das sind in dem Fall, weil er hier Dirt Roads nutzt, sind das dann auf vier Feldern die volle Menge, die er transportieren kann, und danach, äh, wird es halt immer weniger, das seht ihr auch hier, 100, 800, 800, 800, 800, dann 81, 55 und so weiter und so fort. Ähm, genau, also das, das ist diese kleinere Zahl von den beiden. Das ist, äh, das ist die hier, diese Actionpoint-Reichweite. Ich könnte die ermitteln, das geht recht einfach, äh, wenn wir hier zum Beispiel draufgehen, das sind jetzt Planes einfach in dem Fall, Planes Grazy, die, wenn ihr hier drüber hobert, dann seht ihr da unten Truck Logistics, äh, normalerweise 25, so kommt auch diese, ähm, sag ich mal, diese Reich, diese Operational-Reichweite zustande, wie man, die wir hier immer so sehen, dass man innerhalb von vier Feldern halt eben immer die grüne Linie hat, dass man da voll versorgt werden kann, und alles, was darüber hinausgeht, äh, je nach Terrainart, äh, wird halt schwieriger. Das ergibt sich hier halt aus dem Sinne, weil das hier 25, 50, ähm, ähm, 75 und 100 dann sind. Ja, und das ist halt das Maximum, was, was man hier dann rausholen kann. Darüber hinaus gibt es halt immer Diminishing Returns, beziehungsweise es kann typisch bis zu zehn Felder, kann versorgt werden. Theoretisch allerdings nur mit Nahrung. Also wenn ihr weiter als fünf oder weiter als vier Felder weg seid von der Straße, ähm, dann bekommt ihr keine Munition mehr und keinen Treibstoff. Also da muss man immer aufpassen. Genau, das ist, das ist, das ist das eine Konzept. Und ihr habt auch gesehen hier bestimmt, äh, dass da unten auch schon steht, bei einer Road, äh, bei einer normalen Road sind es zehn. So, das heißt, wenn ihr so ein Standard-Truck-Depot hier habt, mit, äh, und das selber gebaut habt, ist nicht ein Private-Besitz, also habt ihr hier 110 Gleichweite. Das heißt, ihr könnt bei einer normalen Dirtstraße normalerweise hier, oder Logistiknetz hier, auf eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Felder projizieren. Und ihr seht das hier auch, das funktioniert hier in dem Fall, so wie das hier gesagt hat, das sind jetzt die Used, die jetzt hier benutzt wurden, ja. Ähm, ähm, äh, es, es zeigt im Moment tatsächlich am besten, wie das hier so funktioniert, ja. Ja, also, ne, ihr seht, hier ist das alles überall gleich und ab da, ab einem gewissen Geburtstag weniger, ja. Ähm, diese Used-Geschichten hier, die kommen halt durch die Ressourcen. Und das ist ja, das ist jetzt halt ein bisschen schwer zu veranschaulichen, die Ressourcen, die hier hin und her fließen. Da müssen wir sehr ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall, ja, hier ist das alles so ohne weiteres möglich. Und das ist halt gerade hier passend so hingestellt. Gut, also, auf zehn Felder mit Dirt-Roads, ähm, also das sind so, das sind so die, 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 die Zahlen, die ihr euch merken könnt. Das sind zehn Felder bei Dirt-Roads, das sind 20 Felder bei Sealed-Roads, also bei den verbesserten Straßen, bei denen hier. Ihr habt also mehr Reichweite. Ihr könnt diese Reichweite auch, äh, verlängern durch Supply-Bases. Wo habe ich denn eine? Ich hatte doch hier irgendwo eine. Hier, hier. Also wenn ihr quasi, ähm, also die sind aber auch nicht kumulativ, also ihr könnt nicht hier in der Supply-Bases bauen, die ihr verändern, die geben euch hier halt 50 Punkte dazu. Also wir sind hier, von mir aus, nehmen wir mal als eine Normalstraße, wir sind hier an unserem Rand unserer Ausbreitung, ja. Und das ist die letzte, der zehnte Punkt, wenn das normale Dirt-Roads wären. Dann können wir das hier dran bauen, dann haben wir nochmal zwei, drei, also drei Felder ungefähr, äh, noch Logistik dazu. Wo wir theoretisch, äh, mit allen LKBs durchfahren können. So. Aber wenn ihr dann dahinter nochmal eine Supply-Base braucht, dann wird es nicht nochmal extended. Das ist nicht der Wesentliche bei der Supply-Bases. Sie sind wirklich nur, ähm, für eine Front, die halt ein bisschen vorrückt gedacht. Und, ja, ihr werdet sehr schnell bei größeren Kriegen, ähm, die sehr lange geführt werden, konstant geführt werden. Ihr werdet dann schon merken, wie schwierig das teilweise wird, das Logistiknetz aufrecht zu erhalten, dass die Leute vorne versorgt sind. Und, äh, wie schnell auch nur wenige Einheiten da eben, ähm, riesige Probleme bereiten können. Da kann ich euch ein schönes Beispiel jetzt hier zeigen. Ich habe die meisten meiner, äh, sag ich mal, äh, ich nenne sie mal Spritfresser-Einheiten, äh, schon ausgesondert, weil ich, ähm, auf eine andere Panzerungsart umsterbe. Aber hier sehen wir das sehr, sehr deutlich. Ihr seht, bis hier oben, ja, und hier ist auch nochmal, äh, tatsächlich eine, eine Truck. Warte mal, du bist, genau, du bist in der Truckstation. Das heißt, ich habe hier schon mein Netz, das hier aus Granger kommt, weiter extended nach oben, ja. Deswegen sind die hier überhaupt versorgt, sonst hätten die hier gar nichts mehr übrig. Ähm, und ich sehe mal ganz deutlich, bis hierhin sind es 1142 und ab hier, ja, da passiert irgendwas offensichtlich, wo ganz, ganz viel weggenommen wird. Und der Grund ist einfach diese Einheit hier. Das sind vorwiegend diese Roller, ähm, wo ihr, wo ihr halt seht, äh, die verbrauchen ziemlich viel Sprit. Und in dem Fall seht ihr hier, sie haben 1664 angefordert, haben 904 bekommen. Ähm, ja, und das ist hier eigentlich, das ist eigentlich der, das ist dieser, dieser riesige Unterschied hier, äh, von 1142 auf 299. Das unterscheidet sich, weil es kommen dann, das sind ja auch ein paar andere Sachen, ein bisschen SK noch auch dazu. Und Munition hast du nicht gesehen. Ähm, aber das ist, und das zeigt sehr deutlich, das ist, das ist ein, ein Regiment, ein unabhängiges Regiment, das halt eine Einheit hat, die extrem viel Fuel schluckt. Und dementsprechend immer sehr große Reserven haben möchte, damit sie sich halbwegs bewegen kann, ja. Das Problem haben wir zum Beispiel die ganzen Einheit nicht hier oben, also überhaupt nicht. Ihr seht, die verbrauchen fast überhaupt kein Fuel. Hier ist auch alles sehr human. Auch die APCs verbrauchen fast gar nichts. Also, ja, passt da höllisch drauf auf, äh, was, 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 äh, beim Model-Model-Design, äh, was die, äh, Fuel-Consumption angeht. Weil es ist sehr leicht, äh, so dem, dem, dem Dank zu verfahren, okay, ich baue jetzt einfach einen richtig geilen gepanzerten, maximal gepanzerten Panzer mit einer riesigen Wumme und der ist dann unsterblich. Ich kann ihm ja die, ich kann ihm ja einfach die dickste Engine geben, dann kann er sich trotzdem bewegen, ja. Dann kommen mal solche Sachen zustande. Also passt da wirklich auf, das, äh, das ist ganz schwierig. Ähm, genau. Es wird zwar, also es, wie gesagt, die Ressourcen werden auch durchs Logistiknetz getragen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr irgendwie, äh, also normalerweise wird das erstmal von der Stadt hier dann eingesammelt, in dem Fall, von der Zone, besser gesagt, von der Granger-Zone hier in dem Fall. Und von dort aus, äh, wird es dann weitergeschickt. Deswegen sind die Rails als, äh, ja, komplementär Logistiknetze so wichtig, finde ich, weil, ähm, Rails, kann man das hier sogar sehen, vielleicht auf dem Hex. Ja, das ist ja, Rail Logistics, zwei Punkte, ja. Das heißt, ihr könnt mit Rail, könnt ihr über sehr große Distanzen, genauso wie es ja sein sollte, ne, ähm, ja, ja, sehr, verlustfrei quasi, ähm, transportieren, oder, oder Geschichten. Und deswegen ist es halt, äh, ich sehe das halt ein bisschen so, oder zum Großteil, auch wenn man mit Rail natürlich auch andere Sachen transportieren kann, aber man sollte halt, äh, gerade, um die ganzen Ressourcen auch, äh, noch gescheit zurückzubekommen, um aus den ganzen, so und so, immer versuchen, mit Rail alles zu verbinden. Und alles, was dann noch drüber hinausgeht, kann dann entsprechend, äh, noch über die Straßen dann gehen, ja. Ja, also das ist, das ist mal, so das Erste, also, ne, Dirt Roads 10 pro Hex, äh, Sealed Roads 5 pro Hex, in aller Regel, wenn man sich hier irgendwo, ja, auch hier, glaube ich, hier in den Wäldern, auch hier seht ihr, Rail Logistics, das ist eigentlich gleich in dem Fall, solange eine Straße da ist, ne, nur wenn, wenn keine Straße da ist, ist es halt schwierig. So, genau. Genau, genau, also das ist, das ist Bug 1, äh, Gleichweite und, äh, wegen den, äh, den Geschichten auffassen. So, hier sehen wir auch noch die Beschreibung in der, in der Anleitung, ihr könnt auch hier links auch mal sehen, wo das genau steht, das ist diese, diese Operational Logistics hier, die wir euch vorhin gezeigt haben, das sind natürlich ein maximales Satz von 100 AP, bis zu 50 können sie voll versorgt werden, und so weiter und so fort, je nach Geländerart, ne, das ist die Entfernung dann definiert. Die Traffic Signs, die werden, äh, solltet ihr auf jeden Fall auch benutzen, die werden sehr schnell wichtig, vor allem, wenn es dann, wenn es dann viele Verzweigungen gibt, ähm, und dann aufpassen muss, äh, ja, dass ihr da genug bekommt. Und, äh, es gibt da auch eine Regel, zum Beispiel, wenn ihr, äh, Assets hier habt, äh, z.B. wenn hier noch irgendwas stehen würde, ähm, ähm, ja, ihr müsst ja quasi dort auch dann auch Ressourcen abholen, äh, sonst produziert ihr das nicht vollständig, das seht ihr dann immer hier an diesen grünen Balken, ähm, und oftmals, wenn halt nicht genug produziert wird, dann liegt das halt, wenn alle Arbeiter da sind, und wenn Strom und alles da ist, dann liegt es halt daran, dass sie nicht genug abgeholt wird, und dann wird die Produktion automatisch runtergefahren. Und wie ihr das ermitteln könnt, wie viel er immer hin muss, da gibt es auch eine Formel, die zeige ich euch jetzt kurz. So, ähm, da ist es halt so, wenn es ein Level 1 Asset ist, dann, äh, braucht es mal 100 mal 1, in dem Fall das Asset Level, wenn es ein Level 2 ist, dann ist es 100 mal 2, ähm, das denke ich mal relativ einfach so, 200 Trucks auf Level 1, 200 Trucks auf Level 2, um, äh, Produktion und, äh, und so weiter aufrecht zu erhalten. Ähm, private Asset brauchen weniger, die brauchen die Hälfte davon, äh, pro Level, und, äh, genau, die passen sich automatisch an, die ganzen Geschichten, wenn ihr da an den, ähm, Geschichten rumspielt, dass ihr Sachen morphballt oder dass ihr weniger produziert und so. Ähm, genau, das ist, das ist die zweite Sache. Also jetzt wisst ihr quasi, wie ihr euch berechnen könnt, wie viel ihr da immer machen müsst, also dass ihr euch eben die Traffic Signs richtig einstellen könnt. Ja, dass ihr sagen könnt, pass auf, ihr, machen wir, schickt da mal nur, aber man kann es natürlich nur ungefähr machen, aber dann wisst ihr wenigstens, wie viel er ungefähr hin muss, damit das passt. In dieser Tabelle hier, die ihr auch in der Anleitung findet, da könnt ihr sehen, was wie viel wiegt. Lass euch aber da nicht, äh, nicht verwirren. Ähm, das sind ja hier teilweise die Sachen, also Fuel zum Beispiel, ähm, ja, da weiß ich aus Erfahrung aus dem Spiel selber, äh, dass das nicht, nichts wiegt, ähm, es wiegt vermutlich nur nichts zwischen den Städten, also der Transport von Fuel zurück zur Zone, äh, der erfolgt immer vollständig anscheinend. Ähm, aber, naja, die Operational Logistics sind ja nochmal ein anderes, anderes Ding, das muss trotzdem hier ganz normal rausgetragen werden, ähm, ja, per Trucks an die Leute draußen im Feld. Ähm, auch das solltet ihr immer so ein bisschen bedenken, falls ihr euch wundert, wieso die Logistik nicht reinkickt, wenn ihr ein logistisches Asset baut, dann dauert das in der Regel zwei Züge, bis das alles richtig funktioniert. Also, da immer auch ein bisschen dran denken. Ähm, falls ihr euch, äh, ab und zu mal wundert, dass ihr, ähm, ja, Sachen nicht kolonisieren könnt oder so, ähm, es muss halt immer ein durchgehendes Netz vorhanden sein, zum Beispiel, ähm, und zum Beispiel, also wenn ich jetzt von hier aus, ein Kolonist wiegt ja fünf Punkte, fünf Trucks quasi hier, äh, wenn ich den hier oben hinbringen wollen würde, nach Granger, äh, dann würde das hier in dem Fall nicht gehen, weil entlang der gesamten Strecke dann immer mindestens fünf da sein müssen, und ihr seht hier, zwischen diesen zwei Punkten gibt es eben keine fünf, deswegen kann ich hier keine Kolonisten nach Granger bringen. Solche Geschichten. Und die werdet ihr immer wieder stoßen. Ihr könnt das ab und zu mal ein bisschen deichseln, indem ihr hier mit den, äh, ähm, mit den Traffic Signs ein bisschen arbeitet. Manchmal ist es halt echt schwierig. Vor allem, wenn ihr halt, ähm, ja, sag ich mal mit Supply-Situationen, jetzt geht es mittlerweile aber wie, sowas hier in der Regel, wo halt sehr viele Verzweigungen drin sind, das ist jetzt auch alles noch nicht gescheit gebaut, das muss ich alles noch machen. Ähm, gerade in eroberten Gebieten wird es dann halt den entsprechenden etwas schwerer, ähm, das alles zu regeln. Und das wird auch mit der Zeit dann sehr viel anspruchsvoller. Also ich hatte auch hier in, in späteren Kriegen wirklich schon die Situation, wo, ja, gerade wegen, ja, weil das System dann manchmal von mir aus Treibstoff priorisiert, vor Essen, was ein bisschen komisch ist, ähm, ja, dass Leute an der Trotzstelle quasi alle verhungert sind, oder viele sind verhungert, ähm, weil ein paar Splittfressende Panzer unbedingt ihren Splitt haben wollten und so Späße. Also das ist das, was euch hier... Wenn ihr, äh, ganz ehrlich, es ist das, das Einzige, was euch wirklich so richtig hardcore den, äh, alles versauen kann, wenn ihr sehr viel Treibstoff fressen lässt. Sondern dabei geht es gar nicht so sehr, wie viel ihr hier habt, ähm, sondern es geht dann wirklich darum, ähm, dass ihr im Prinzip um, ihr müsst halt das wirklich so überlegen, wenn ihr ein, ein Tier habt, oder ihr habt sogar vier oder fünf Einheiten, von denen jede, ähm, wenn es ein ganzes, wenn es ein ganzes Bataillon ist, ähm, mit einer ganzen Dikade, meine ich, von, von, von Kors und von Armin, wollen wir mal gar nicht reden. Und eins so ein Ding hier will halt, ähm, keine Ahnung, 500 haben, oder schneller als 6 oder 7 schneller, dann durch die Armin schon 3000 Trucks, nur um diesen Treibstoff hinzuliefern. Und dabei habt ihr noch keine Munition, dabei habt ihr noch keine Replacements, also Leute, die gestorben sind, äh, ersetzt und kein Essen an die Front gebracht. Das heißt, ihr bräuchtet dann mindestens ein, ja, lasse ich mal, der Assets Construction, hier, Truck Station, die hier von mir aus. Ich bräuchte dann dort, in unmittelbarer Nähe, damit das funktioniert, äh, schon mindestens der Truck Station 2, und damit meine ich in unmittelbarer Nähe, zu der Front, ja. Das heißt, eine Level 2 ausgebauter Truck Station, die genug Arbeiter hat, aus irgendeiner Zone, die ihr dort vielleicht habt, oder auch nicht, ja. Ähm, wenn ihr das, wenn ihr in der Stadt gründet, in der Nähe, müsst ihr immer noch gucken, dass ihr genug Transportpunkte habt, davor noch, damit ihr die koalisieren könnt, um die Arbeiter herzubekommen. Und perspektivspunkt ja dazu, schon dann mehr davon, nur um eine einzige Brigade zu versorgen, ja. Und das zeigt das schon ein bisschen die Krux, Und das ist halt nur die vorröste Station. Das heißt, alle Stationen, die dahinter sind, die müssen dann mindestens Level 3 oder 4 sein, weil sie ja diese 4000 an Sprit transportieren müssen, plus das ganze Zeug, was dazwischen noch transportiert wird, äh, an, ja, an allen anderen Geschichten, die noch dazugehören, also die ganzen Ressourcen, und so weiter, und so fort. Deswegen, ne, so ein, so ein, quasi so ein Kreiskonzept, äh, eure dickste Station sollte immer in der Mitte sein, und von dort aus, äh, ja, kann es dann ein bisschen geringer werden, aber umso größer euer Reich wird, ist es dann zum Beispiel noch gut, wenn ich das hier die zweiten Punkte schon mindestens genauso viel rauspumpen, äh, an Logistikpunkten wie die, wie die Hauptstadt, und, äh, versucht, wenn das, das Gelände bei euch zulässt auf dem Planeten, bei mir war es ja schon hier ziemlich schwierig, zum Beispiel, ich musste, ich konnte keine Rail hier direkt zu der Stadt bauen, sondern bin natürlich direkt außen rumgegangen, zum Beispiel, die immer noch nicht hier irgendwie verbunden, aber gut, das ist ja immer dahingestellt. Ähm, ja, steigt möglichst schnell auf Rail um, die, 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 hilft extrem viel, bedenkt bei Rails, aber ihr könnt, ihr könnt bei Rails nicht wie Straßen, die Straße hier einfach, also die Rail hier einfach rausziehen, ne, und dann, verteilt, da hat sich das Zeug da, die Rail-Punkte funktionieren nur zwischen, ähm, zwischen Stationen, und, es ist halt, und praktikabel draußen durch Stationen, also deswegen, mein, mein, äh, die Suggestion wollen, dass, dass ich mir da so vorstelle, dass da geht es eigentlich primär um den Warenverkehr, ja, oder um den strategischen Transport von, von Mitteln, weil es halt nur zwischen den Stationen ist, und nicht hier so wie draußen von den Straßen aus. So, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen kleiner machen, es ist, äh, ja, dadurch, dass es halt am Anfang, das ist halt zwei Konzepte, die ineinander greifen, ähm, ja, muss man einfach ein bisschen halt, ja, mehr überlegen, als man es vielleicht hätte müssen, wenn es nur ein Konzept wäre, ähm, ihr müsst halt dann immer schauen, dass ihr, alle, blöd gesagt, also wenn ihr, es kann sicher gehen, macht ihr einfach alle zehn Felder, eine Transportstation, eine neue, kannst euch hier unten zeigen, in dem Gebiet, hier ist eine, hier von Mooncrest aus, dann habe ich hier eine, und die baue ich jetzt auch weiter aus, und ihr seht, hier drüben, Gangstop ist dann die nächste, hier habe ich auch die, die, äh, Sealed Roads gebaut, das heißt, hier haben wir sehr viel weniger Verlust, weil wir 20 Hexes hier entlang gehen können, das könnt ihr dann immer entsprechend planen, und, äh, jetzt hier irgendwann demnächst, ich nicht so auf der Höhe, würde ich dann die nächste bauen, also hier, wenn man das einmal dann begriffen hat, dann ist es, denke ich mal, relativ einfach, aber man muss es einfach begreifen, und, äh, wenn man neu ist, dann, wie ist man das halt alles nicht, vor allem, wenn man die Anleitung nicht gelesen hat, okay, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass euch das vielleicht ein bisschen weiterhelfen konnte, ich werde auch ein weiteres Tutorial machen, äh, weil das angefragt wurde, wegen der Charakterwerte und so weiter, wo man da ein bisschen achten muss, was da was bringt, auch mit den Relations, da können wir ein bisschen was drüber reden, ähm, aber das dann im nächsten Video, das könnt ihr dann vermutlich Ende der Woche dann erwarten, vielleicht kriege ich es auch schon früher hin, okay, in diesem Sinne, vielen lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, hoffe ich konnte euch weiterhelfen, viel Spaß beim Shadow Empire zucken, eines der geilsten 4X Games der letzten Jahre, mit Abstand, ähm, genau, mehr gibt es nichts zu sagen, ciao, ciao, euer Tor. ja, 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 Vielen Dank.